Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde mit der TAX4 Software. Heute werden wir mal eine virtuelle Reality Strecke fahren und zwar die heißt Shopsui. Ist insgesamt 20,43 Kilometer lang, maximale Steigung 7,4 Prozent. Ich habe als Renngegner mal neun Stücke rausgesucht. Viel bis zum Bite. Ich bin der hier im gelben schwarzen Trikot. Oben rechts kann man das Schreckenprofil sehen, oben links die Entfarnung zum Ziel. Ich bin der hier im gelben schwarzen. 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 Okay. 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 Okay.